hier ist das filmische allerlei hallo leute wie habe ich mich auf diesen film gefreut late night with the devil in der halloween nacht 1977 versammelte sich amerika um bei dem live fernseh event dabei zu sein das eine ganze nation schockierte was dort passierte war echt was sie gleich sehen werden ist das kürzlich entdeckte material das an diesem abend ausgestrahlt wurde lilly kann ladies und gentlemen und jetzt hier ist mr light night late night with the devil wenn euch meine kritiken gefallen gerne abonnieren glocke aktivieren hinterlasst gerne kommentar habt ihr den film gesehen wollt ihr den film gucken und guckt auch gern bei social media vorbei schaut gerne bei social media vorbei klingt irgendwie besser gucken egal so also halloween 1977 quotenwoche im us fernsehen ein millionen publikum verfolgt das live event das eine ganze nation erschüttern wird zu gast ein medium ein magier eine expertin für paranormales und ein junges mädchen das von einem dämon besessen ist angesichts des unfassbaren grauens der ereignisse wurde der mitschnitt dieser diese schicksalhaften abends fast 40 jahre lang unter verschluss gehalten bis jetzt und wir dürfen diesen mitschnitt gucken ich muss ganz ehrlich sagen mein problem ja mit ich sag mal standard horrorfilm ist dass sie halt immer oder fast immer sehr gleich sind und hier passiert jetzt endlich das worum es mir ein bisschen geht was mit dem horrorgenre ein bisschen passieren sollte wir haben zwar auch hier ganz klassische horrorfilm elemente also wie das besessene mädchen zum beispiel ist ganz klassisch was mit ihr passiert ganz typisch aber dadurch dass das ganze mal in eine andere location gepackt wurde und es um das paranormale sage ich mal gar nicht so in erster linie geht sondern es in erster linie um eine late night show geht die night olds heißt macht es den ganzen film unglaublich spannend so und das macht unglaublich viel spaß das ist tatsächlich wie ich finde ein guter film also erstens muss ich sagen ich mag david das markieren markieren ich weiß nicht wie der ausgesprochen wird als jack delroy der der host ist von night olds ich mag den als schauspieler total gern und ich finde er passt halt einfach auch in diese rolle perfekt und ich mag halt auch dass es hier ein bisschen darum geht dass die sendung auf einem absteigenden ast ist und sie halt dieses halloween ding und das halt da viele fernsehen gucken mitnehmen wollen und deswegen was besonderes machen wollen dass das so ausartet konnte damals ja keiner wissen hier spielen noch laura gordon mit faysal basi den ich sehr spannend irgendwie fand in seiner rolle und wenig wirklich fantastisch finde ist ingrid torelli die spielt lilly die spielt das junge mädchen die besessene und die hat was an sich das mochte ich sehr das war sehr intensiv das war streckenweise sehr gruselig und deswegen ultra cool ich mochte dieses ganze 70er jahres setting ich habe das geliebt ich habe das geliebt dass es ja im prinzip ein kammerspiel ist weil es findet ja nur in dieser sendung statt also auf dieser bühne mit ihrem publikum und ein bisschen der backstage weil sie natürlich auch in werbepausen gehen und wir aber die werbepausen natürlich erleben was dann da hinter der bühne kurz passiert und es mochte ich alles sehr und ich finde dass der film tatsächlich schafft durchgängig eine gewisse spannung aufrecht zu erhalten und dann gibt es halt kleine momente wo es eskaliert es ist aber oft so wirklich mini kleine momente die dann so kommen ähm das war super der film ich glaube hat keine jumpscares ne null wenn ich mich recht ansinne fand ich super weil braucht es nicht wenn du eine spannende geschichte erzählst und du einfach so eine grundanspannung hast dann musst du nicht noch erschreckt werden dann ist das was passiert manchmal das was einen so ein bisschen erschreckt deswegen das ist jetzt kein splatter irgendwas hardcore horrorfilm sondern halt naja auch nicht richtig ein psychos für aber schon so ein bisschen ins schwille mit horrorelementen und dann halt auch streckenweise ganz klassischen aber trotzdem deswegen gerade so interessant zumindest für mich ich mochte diesen film sehr der kriegt von mir eine acht von zehn ich hab den gern gesehen ich hab ich mochte das der hat auch eine gute länge so mit seinen 93 minuten so wie so ein film sein muss der erzählt alles das ist aber es reicht auch so startet am 30 5 24 in den deutschen kinos und hat eine fsk 16 also ganz entspannt ich sage im prinzip ist das jetzt gar nicht irgendwie blutig oder so sondern tendenziell halt eher spannend und so ein bisschen kribbelig ne deswegen ich ja also so wünsche ich mir horrorfilme dass die halt ein bisschen das von mir ist auch standard themen aber anders angehen und dadurch an spannung gewinnen wenn sie dann natürlich noch ganz gut gemacht sind und gut gespielt sind ganz wichtig und ja ich finde halt die effekte sind halt trotzdem auch ein bisschen 70er sie sind halt nicht perfekt und ich mochte das aber weil es zu dem ganzen stil halt passte ich glaube wenn ich mich retten sind ist der film auch vier zu drei also so ungefähr also klasse altes format nicht also fernseh format nicht kino format was ja irgendwie zu dem ganzen bild und stil halt sehr gut passt ich bin ich mochte den wirklich gemacht haben den die kernens kernes kernes genies brothers also colleen und cameron die machen mehrere sachen zusammen haben 100 bloody ace actress gemacht auch ein horrorfilm noch so ein paar kleine sachen ein bisschen was in serien eher aber kollegen glaube ich in den serienbereich das heißt auch da kenne ich nichts habe ich nichts gesehen kann ich nicht zu sagen aber das hier finde ich haben sie wirklich gut gemacht also natürlich es ist auch kein meisterwerk weil sie ja im prinzip trotzdem jetzt nicht völlig innovativ sind so aber anderes setting und schon ist es eine interessante geschichte so es sind auch diese kleinen dinge ich sage die so zwischendurch passieren wo gar nichts schlimmes wirklich ist und trotzdem einem das immer so ein bisschen unbehaglich ist das macht irgendwie sehr gut also ich fand den mir hat er extrem gut gefallen ich hoffe natürlich dass horrorfilm fans die jetzt die breite masse an horrorfilms mögen in allen bereichen hier tatsächlich trotzdem auch ihren spaß dran haben dadurch dass er so ein bisschen anders ist mit klassischen elementen ja also da das ja eher ein kleiner film ist würde ich mir sehr wünschen wenn ihr dafür ins kino geht und dabei wünsche ich euch auf jeden fall ganz viel spaß ja 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 ja